Oh, 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 fah, nein, stirb doch nicht, bro, ich sterbe wegen den Gumbas, nicht wegen der Gino. Bäm, und Bäm, Alter, Bäm, nimm das, und jetzt aber, geht doch, Alter. Hallo, 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 start. Im Himmel, über den Pilzpast. So, da bin ich jetzt offiziell. Gut, die Reise kann beginnen. Gut, ich muss jetzt bestimmt Cappy folgen, kann das sein? Wo ist er hin? Ah, da oben ist er ja. Cappy, warte hier. Wer bist du? Äh, Mario und du? Oder Gamefresh, eher gesagt. Okay, interessant. Tut mir leid, dass ich dich, dass ich abgehauen bin, ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Klar, bei dir? Du bist hier in Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen. Borsa hat die Prinzessin entführt, man kennt's. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher, aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Im Inneren des Hutturms. Ein Froschi! Ah, jetzt bin ich ein Frosch. Okay, mal gucken, was ich so mit dem Frosch kann. Ja, jetzt erstmal eine riesige Animation, ne? Ja, okay, chill, chill, chill. Chill. So eine große Animation muss jetzt auch nicht sein. Wir spielen das jetzt durch. Wir spielen das jetzt durch. Komm, ich bin ein Frosch, ich weiß. Ich kann jetzt voll hoch springen. Das habe ich schon im Trailer gesehen. Ja, ja, Mario. Das kann ich jetzt weitermachen, Bro? Du hast dich in ein Frosch verwendet. Jo, perfekt, danke. War hier noch was? Äh, nein, nur die Frösche. Okay. Der Hutturm. Äh, das hier ist wohl abgebrannt. Mal gucken, wie schnell ich das Spiel durchspielen kann. So, ab in die nächste Stadt. Alle lachen hier. Bla, 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 bla. I know, läuft. Das ist topper. Ja, mal, der erste war einfach. Ah, perfekt, danke, mir Leute. Okay, gut, ich kann auch normal springen. Der war easy, der war easy. Okay, gut. Das hier war das Tutorial. Jetzt beginnt das richtige Spiel. Jetzt beginnt die Reise. Super Mario Odyssey. Das Kaskadenland, das kenne ich aus dem Trailer. Ich glaube, ich stelle jetzt einfach ein Speedrun auf. Weil ich habe das Tutorial so einfach gemacht, ne? Ich mache jetzt einfach Speedrun. Oh, was ist denn das? Okay. Okay. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Hier drüben. Danke. In den Ketten und Kapern. Ach so, das meinst du. Ah. Das meintest du. Perfekt. Wo muss ich wohl lang? Ah, ich muss das hier wohl kaputt machen. Der erste Mond. So. Das ist der erste Mond von vielen für heute. Das war Nummer Uno. Und jetzt kippt die Plattform. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Multimod hoch über dem Wasserfall. So, und der erste für heute. Nein. Äh, muss ich den großen nehmen? Nochmal. Olé. Olé. Ja, da kommt Madame Brodel. Richtig. Geht doch. Endlich. Madame Brodel. Hier ist Gamefresh. Madame Brodel. Hier, Gamefresh. Wie geht's? Moin. Schaust du auch fleißig meine Streams? Wenn ja, dann verschone ich dich. Nein? Du bist Simax-Fan? Okay. Dann muss ich dich leider umbringen. So, komm her, du Krokett-Mund. Hä? Hallo? Hoppa! Nummer Uno. Äh, Dos meine ich. Also, jetzt zieh endlich. So, geschafft! Olé! Das war's mit dem Spaß. Äh, Spaß. Cut, yes, 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 yes. Bivachi. Dann, ab zur nächsten Welt. Yeah, bis jetzt macht's ja ganz Spaß. Die Odyssey ist funktionstüchtig. So, wohin geht's jetzt? Wir haben genügend Energie, um in den Wüsten dann zu reißen. Dann wollen wir mal hin. Gerne! Rein, 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 rein ins Haus, mal lieber. Rein ins Haus. So, ab ins Wüstenland. Wüstenland. Brutzel-Ebene. Gut. Wie gehen wir jetzt hier voran? Dieses, dieser Eiszapfen sieht sass aus. Aber ich weiß nicht warum. Was macht der Vogel hier so schön ist? Ah, der gibt ja Hinweise. Ich kann's dir verraten. Zu Fuß in der Wüste. Okay. So, gehen wir mal jetzt in die Wüste. Die Monte hier können wir auch später suchen. Ich nehme mal den Eingang jetzt. Ab geht's. Ab geht die Post. Im Inneren der Kopfstand-Pyramide. Top. So. So weit, so gut, würde ich mal sagen. So weit, so gut. Und da oben ist ja auch schon das Luftschiff. Boah, ganz fein. Und jetzt ab zum Kampf. Ich besiege jetzt erstmal diese wunderschöne Dame hier. Ah, ich glaube, ich soll die Bomben auf sie werfen, ne? Ah, und dann auf ihren Kopf springen, glaube ich, ne? Ah, so einfach geht's. So einfach geht's. Die ist jetzt ein bisschen, sie ist, ich glaube, sie ist ein bisschen salty. Kann das sein? Aber nur ein bisschen, oder? Olé. Bleib stehen. Geht doch. Sie ist Stingbeam. So weit, so gut. Okay, jetzt kommt die auch. Sie rastet aus, Bruder. Sie rastet aus. Das ist so ein richtiger Harikün, Alter. Sie rastet gerade richtig aus. Sie ist gerade psycho. Küchschaft. Geschafft. Geil. Und jetzt fliegt die Pyramide weg. Oder sie dreht sich um, wer weiß. Das Loch in der Wüste. Und jetzt kann ich auf den Tiger reiten oder auf den Löwen oder was auch immer. Geht doch. So. Wo muss ich hier lang? Wo muss ich mit dem hier lang? Wo war das Loch nochmal? Ich suche das Loch und dann der Scheiß hier. So, weiter geht's. Da vorne ist ja das Loch. Gut. Ab zum Loch. 75 Jahre später. Wo war. Okay, das war doch das Loch, oder? Ah, nice. Nice. Untergrundtempel. Nice. So geschafft. Was muss ich jetzt hier machen? Nein, man muss den zweimal angreifen, der hat ja einen Hut auf. Man, ich hoffe, ich fang wieder vom Anfang hier an. Ah, ich fang von hier an. Geil. Okay. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen dürfen. Das hätte ich nicht. Ich war zu voreilig. Ich war zu voreilig. Ich war zu voreilig. Yeah. Der nächste Boss. Der nächste Boss. Wen haben wir denn jetzt? Wie heißt jetzt der Boss? Weißt du, wisst ihr das? Wo ist der Ring hin? Nicht bei mir. Nicht bei mir. Ich trage keine Ringe. Ich bin kein Fan von Ring. Auf keinen Bein meiner Hände. Okay. Hopp. Autsch. Und wie man... Ah, okay. So, perfekt. Voll in die Fresse. Nimm das. Nimm das. So, komm her, mein Lieber. Komm her. Nein. Bäm, Alter. Voll auf die Nase. Ja. Stopp. Oh yeah. Yeah. Geil. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du? In welches Land hat sich Borsa wohl verkrümelt? Seeland oder Forstland? Also, Seeland. Seeland. Gute Idee. Perfekt. So, hallo. Was geht? Woppa. So. Yeah. Welcher Boss kommt jetzt? Wie heißt der Boss? Bruder. 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 Ah, Bruder kommt jetzt. Woppa. Oh. Woppa. Geschafft. Der Boss war nicht so schwer. So. Jetzt das Forstland. Ab zum Forstland. Ab zum Forstland. Was haben wir im Forstland so schönes? Und hopp. Oh. 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 Fah. Nein. Stirb doch nicht, Brock. Ich sterbe wegen den Goombas. Nicht wegen dem Dino. Oh. Nein. Dino, weg da. Geht doch. Na los. So. Hoppa. Jetzt bin ich der Dino. Dino.